Hallo liebe Zuschauer, wir sind auf dem Bauernhof und schauen uns gerade ein Pony an. Sag du auch mal Hallo? Hallo. Hallo, was ist denn das da? Schau mal, was sind denn das? Die Ponys, hm? Kann man auf den reiten? Ja. Ja, macht es Spaß? Ja. Welches gefällt dir am besten? Das. Das braune? Ja. Schau mal, die spielen. Die spielen. Ich mag auch das Pferd laufen. Mag auch das Pferd laufen. Magst du drauf? Ja. Und was machst du da machen? Laufen. Laufen? Ja. Und fressen. 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 Die sind hübsch. Ich mache die Pferde. Was machen die? Laufen. Und was noch? Im Mund? Fressen. Wie machen die Pferde? Ja. Wie macht das Pferd? Ja. Ja, super. Wir haben heute einen schönen sonnigen Tag erwischt und wir suchen jetzt noch die Tiere auf dem Bauernhof. Die Ponys sind uns als erstes aufgefallen. Mal schauen, was uns noch für Überraschungen erwarten. Was macht das jetzt? Wie macht das? Genau. Das eine wedelt mit dem Schwanz. Siehst du das? Was ist da hinten? Das andere auch. Das andere auch? Ja, das auch. Wollen wir mal einen Rundumblick machen? Ja. Schau mal, wie gut die es hier haben. So viel Weidefläche. Was sind denn da hinten? Hier. Ah. Und da ist auch ein Pferd. Das vorne bei den Kuh ist auch ein Pferd. Da bei den Kuh ist auch ein Pferd. Auch eine Katze ist da. Eine Katze auch? Ja. Auch ein Pferd auch. Auch ein Pferd. Auch ein Pferd. Auch ein Pferd. Auch ein Pferd. Such mal die Pferd. Pferde. Oh. Was macht das Pferd da oben? Und mal schauen, ob wir wieder näher ran können. Wann haben sie so schön hier gespielt? Was macht das denn? So. Wir schauen jetzt mal, ob wir wieder näher ran kommen. So. Guck. Da sind sie. Oh. Magst das lauf bei dem Pferd? Magst das bei dem Pferd lauf? Ja. Die sind aber hübsch, oder? Und das hübsche Pferde? Und das Ponys? Hier. 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 Das war's für heute.